Es ist ein Bruder, sag hallo, die Story geht am Finanzamt. Die wollen nicht sehen, welches Auto du geholt hast, Bruder. Glaub mir, er hat zwei geholt. So, die Jungs haben kein Handy. Jungs, ihr könnt es abfragen. Der letzte ist hier hinten. Okay, jetzt geht ihr nach Hause. Vielen Dank. Vielen Dank.